Zuerst war diese Katastrophe allen egal. Auf jeden Fall wird die Erde in 100 und das Sonnensystem in 300 Jahren nicht mehr existieren. Dann ist Schluss. Und die Sonne wird nicht auf uns warten. Lauf! Mein Sohn ist da unten. Ich muss es tun. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Zündung! Die Stunde vor Sonnenaufgang ist immer die dunkelste. Wenn es dann soweit ist, wird wieder ein blauer Himmel über uns erstrahlen. Der Himmel steht in Schlammen. Es sieht aus, als würde er brennen. Neh mich! Neh mich! An alle Einheiten! Der Himmel! 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 Vielen Dank.